Herr Präsident, heute zuständig für die guten Nachrichten. Das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport beabsichtigt, eine 4.000 Quadratmeter große Teilfläche des Geländes der Stadtwerke Saarbrücken zum vorläufigen Kaufpreis von 4,44 Millionen Euro zu erwerben. Die Teilfläche ermöglicht die Errichtung von Ersatzneubauten für Gebäude der HTW, die mittelfristig abgerissen werden müssen. Die neuen Gebäude dienen dem Erhalt der Leistungsfähigkeit von Forschung und Technologietransfer sowie der Qualität von Forschung und Lehre, um das Niveau der Hochschule zu erhalten und auch mittelfristig eine zukunftsorientierte Standorterwicklung zu ermöglichen. Der Campus Altsaarbrücken verfügt derzeit über keine Erweiterungsoptionen mehr auf landeseigenen Flächen. Alternativen haben sich weder als nicht sinnvoll oder als ungeeignet erwiesen. Die Landeshauptstadt Saarbrücken wurde in die Verhandlungen einbezogen, da für die zur erwerbende Grundstücksfläche die Bebauungspläne angepasst bzw. neue Bebauungspläne aufgestellt werden müssen. Die von den Stadtwerken geltend gemachte Kaufpreisforderung von insgesamt 4,44 Millionen Euro ergibt sich aus dem Grundstückswert in Höhe von etwa 800.000 Euro, den Kosten für ein Kombiparkhaus in Höhe von 3,84 Millionen Euro als Ersatz für die auf dem Grundstück stehende Hubsteigerhalle und die nach dem Kauf entfallenden Parkplätze abzüglich eines Eigenanteils der Stadtwerken in Höhe von 200.000 Euro als Wertausgleich für die neue im Kombiparkhaus integrierte Hubsteigerhalle. Der Kaufpreis ist nach Abschluss der neutrale Kaufverträge für die Dauer von zwei Jahren verbindlich und wird danach, sollte ein Bebauungsplan über einen Zeitraum von zwei Jahren nicht bestehen, für die möglich steigenden Kosten der Kombiparkhausen angepasst, bis ein rechtskräftiger Bebauungsplan vorliegt. Land- und Stadtwerke räumen sich gegenseitiges Rücktrittsrecht für den Fall ein, dass bis zum 31.12.2023 kein rechtskräftiger, den Anforderungen entsprechend der Bebauungsplan besteht. Die Verkaufsbereitschaft der Stadtwerke Saarbrücken bietet dem Land die Chance des Erwerbs eines Grundstücks für Zwecke der HTW am deutlichen Standort und rechtfertigt nach Überzeugung des Ausschusses einen dem Verkehrswert erheblich übersteigenden Kaufpreis, da an der Erweiterung der HTW Saar ein übergeordnetes Landesinteresse besteht. Der Ausschuss für Finanzen und Haushaltsfragen hat sich in seiner 43. Sitzung am 8. Mai mit dem vorgesehenen Erwerbsgeschäft befasst und empfiehlt dem Plenum einstimmig, dem beabsichtigten Erwerb der Teilfläche zuzustimmen. Der Antrag des Innenministers liegt Ihnen auf Drucksache 16839 vor. Vielen Dank.